Als Kind erlebte ich den Aufbruch zu neuen Grenzen. Es war die Erfüllung eines Menschheitstraums und der Beginn des Weltraumzeitalters. Apollo 11 landete 1969 auf dem Mond. Dies ist ein Ereignis, das mich bis heute prägt und bewegt hat. Als Familienvater von zwei Kindern schaue ich gespannt in die Zukunft. Die Menschheit wird den Mars und weitere Planeten besiedeln. In Zukunft werden Exoplaneten und extraterrestisches Leben keine Fiktion mehr sein. Ich bin Roman Retzbach, ein deutscher Zukunftsforscher mit über 30 Jahren Berufserfahrung. Seit Jahrzehnten berate ich Vorstände und Führungskräfte in der Industrie und allen anderen Wirtschaftszweigen. Als Zukunftsexperte erstaune, fasziniere und schockiere ich. Dabei mache ich Menschen auf Zukunftsthemen aufmerksam und rege dazu an, über den Horizont hinaus zu denken. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen wurden schon immer vorausgesagt. Sie waren auch immer wichtig für die Weiterentwicklung der Menschheit. Ausblicke in die Zukunft mache ich als Zukunftsexperte anhand von Zukunftsszenarien. Diese basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Durch meine Beratungen können Unternehmen heute Megatrends, Zukunftsrisiken und Chancen erkennen. Auch technologische Innovationen sind so besser planbar. Quantencomputer, Robotik und die künstliche Intelligenz werden unser Leben in Zukunft sehr stark beeinflussen. Wir sprechen hier von unvorstellbaren Möglichkeiten. Meine Prognosen sind noch weitreichender. Es geht dabei um ewige Jugend. Unsterbliche Menschen, die Nanochips im Gehirn tragen und in virtuellen Welten leben. Wir werden alle in einer neu geordneten Welt ohne technologische Grenzen liegen. Dies ängstigt uns auch heute. Für zukünftige Generationen wird es zur Realität gehören. Derartige visionäre Entwicklungen werden wir auf dem ganzen Erdplaneten erleben. Wir werden in einer Welt ohne Lärm und ohne Staus aufwachsen. Durch den medizinischen Fortschritt werden Symptome von möglichen Krankheiten schon vorab erkannt. Unsere Privatsphäre wird durch neue Verschlüsselungsverfahren geschützt sein. Und dies trotz Überwachungsstaat, Sozialbewertung und Zensur in vielen Staaten. Der technologische Fortschritt wird von uns nicht mehr aufzuhalten sein. Als beratender und forschender Zukunftswissenschaftler erlebe ich, dass meine Prognosen sich bewahrheiten. Die Weltraumfahrt wird zum Alltag. Künstliche Intelligenz integriert sich in unser tägliches Leben und in die Arbeitswelt. Wir sind dabei, uns komplett zu vernetzen. Begleiten Sie mich auf eine inspirierende und faszinierende Zeitreise in die ferne Zukunft. Dort lernen Sie mega und Zukunftstrends zu erkennen. Sie können diese für Ihr Unternehmen erfolgreich wie profitabel einsetzen. Von meinem Wissen und meinen Handlungsempfehlungen werden Sie bereits heute und ganz sicher in Zukunft profitieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017